In diesem Video geht es um das Saarland. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten über dieses Bundesland und stelle dir die Besonderheiten vor. Das Saarland ist ein Bundesland im Westen Deutschlands. Es hat eine Fläche von rund 2.570 Quadratkilometern und etwa 980.000 Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Saarbrücken. Das Saarland grenzt ausschließlich an Rheinland-Pfalz. Gemeinsame Landesgrenzen teilt es mit Frankreich und Luxemburg. Das Saarland ist das kleinste deutsche Bundesland, abgesehen von den drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Das Saarland hat viele Mittelgebirge. Ein Drittel der Landesfläche ist von Mischfeldern bedeckt. Außerdem ist die Landschaft im Saarland von viel Industrie geprägt. Es gibt hier nur wenige große Städte. Die größten Flüsse, die das Saarland durchfließen, sind die Blies und die namensgebende Saar. Die Saarschleife bei Mettlach ist ein Wahrzeichen des Saarlandes. Außerdem gibt es einige Stauseen, wie zum Beispiel den Bostalsee oder die Primstalsperre. Im Saarland liegen die Mittelgebirge Hunsrück, Saargau und Bliesgau. Die höchsten Berge sind der Dollberg mit 695 Metern Höhe und der Schimmelkopf mit 694 Metern Höhe. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde in den Mittelgebirgen des Saarlandes viel Bergbau betrieben. Die Einstellung des Steinkohlebergbaus verursachte den Verlust vieler Arbeitsplätze. Heute sind im Saarland die wichtigsten Wirtschaftszweige die Automobilindustrie mit der Firma Ford und die Stahl- und Keramikindustrie. Die Völkinger Hütte ist ein Industriedenkmal und Weltkulturerbe. Das 1987 stillgelegte Eisenwerk ist heute ein Museum. Die Ludwigskirche in Saarbrücken ist ein historisches Wahrzeichen der Stadt. Weitere bedeutsame Denkmäler sind die keltischen und römischen Ausgrabungen an der Obermosel und im Bliesgau. Der Ringwall ist eine riesige keltische Befestigungsanlage. Der sogenannte Hunnenring wurde bereits im 5. bis 1. Jahrhundert vor Christus erbaut. Die historische Wallanlage hat sogar eine eigene Quelle in der Mitte des Areals.